Was ist das für ne Binderte Kacken? Das ist nicht mein, das ist nicht mein. Wer macht denn so ein Scheiß, Alter? Einen wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Combat Arms Classics. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich würde jetzt jede Woche, würde das jetzt im Wechsel sein. Das heißt, letzte Woche kam Reloaded, diese Woche kommt jetzt Classics und nächste Woche kommt wieder Reloaded. Und das immer im Wechsel, da ich Donnerstags und Freitags den Platz für etwas anderes brauche, hoffe ich, dass das so auch einigermaßen funktioniert. So, wir sind heute hier auf der Map. Freezer. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, ja, ich weiß auch nicht, was das darstellen soll, das soll so eine Art ge- Was denn der ist? Das sind meine Waffen. Iceball, Snowball. What the fuck soll denn das sein? Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Ich glaube, mein... Mein Mausrad ist kaputt. Ich hab... Was ist das? Was ist das? What the fuck is that? Alter, komm mit Armus, was habt ihr hier für'n Scheiß gemacht? Was ist denn das für'n Scheiß? Was ist denn das für'n Scheiß? Jetzt muss ich erst mal kurz in meine Option reingucken, weil irgendwas stimmt hier mit meiner Steuerung nicht. Nahkampf, mittlere Maustaste. Ich mach das jetzt mal. Ich kann das nicht mal ändern. Anscheinend. Nahkampf, wache auf drei. Ja, müssen wir jetzt erst mal so lassen. Jetzt hab ich'n. Ich latsch jetzt bloß noch rum, warte, bis einer erfroren ist und dann schlag ich den kaputt. Was ist denn das für'ne Kacke hier, Alter? Habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist er? Das ist ja ein Quark, Alter. Ja, was ist das ein Schnulli, ey. Was zum Fick ist das, Alter? Ja, genau, jetzt bin ich auch noch gefroren, Alter. Was ein Rotz, Alter. Das ist ja so ein Quark hier, Alter. Das hab' ich ja noch nie erlebt. Was ein Bullshit. Ich weiß, Leute, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich sagen soll. Hier liegt ein Brot rum, ne offene Dose mit, was soll das sein, hier, Ananas oder wat? Ne Banane im Gefrierschrank, ist schon klar. Ne Banane im Gefrierschrank hier, das ist ja wohl. Oh, bitte, helf mich! Äh, äh. Eiswürfel, ne Kürbis hier. Ne Fernbedienung, wer legt bitte ne Fernbedienungsgefrierschrank? Gefrierfach oder in den Gefrierschrank? Wieso häng ich hier fest? Äh, das ist hier, ne Kochlöffel. Schon wieder ein altes Brot. Ja, ganz toll. Ich hab grad voll keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ist ja nicht wahr. Das ist ein Scheiß, Alter. Ja, was soll man dazu sagen? Alles, was Nexon so in den letzten, äh, 10 Jahren produziert hat, war ja nicht immer alles, was Gold, was glänzt, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. So'n Scheiß hier. Oh Gott, Alter, ist das hoffentlich bald vorbei hier, Alter. Das geht mir voll auf den Sack, Alter. Das geht mir voll auf den Kranz, Junge. Was ist denn... Ne. Was ist denn das für'n Kack, Alter? Was ist denn das für'n Kack, Alter? Was ist denn das für'n Kack, Alter? Ja, und dann klaut der Wichser mir den auch noch, Alter. Was eine Scheiße hier. Was ist das? Ne. Oh weia, Nexon. Oder Wallow-Fee. Ist ja nicht normal. Das ist so'n Scheiß. So ein Kack ist das, Alter. Ne. Ne. Was ist denn das für'n Müll? War ja klar. Was eine Scheiße ist das denn, ey. Das kann's doch keinem anbieten hier. So ein Schnulli. Was? Was zum F**k ist das? Ach so. Ihr noch. Äh. ich weiß es echt gerade nicht ob ich lachen oder heulen soll was ein schrott junge magnau Ne, ne. Was, eine Grütze. Für so eine Kacke habe ich jetzt meine Aufnahme verschwindet. Jetzt bin ich schon wieder gefroren, Alter. Was ist das? Diese Musik im Hintergrund. Das ist was für Kinder. Genau, mich trifft er wieder. Ne, bei allerliebe, Alter. Was ist denn das für eine Kacke? 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 Wer macht denn so einen Scheiß, Alter? Was ist denn das für eine Kacke? Was ist denn das für eine Kacke? Was ist denn das für eine Kacke? Der Kacke ist das für eine Kacke? Was ist denn das für eine Kacke? Was ist das für eine Kacke? Passt hier beim Helm, Alter. Ne. Was ne Kacke, ey. Oh mein Gott. Ne. Nein. 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 Nie wieder. Keine Ahnung. Äh, ja. Wenn's euch gefallen hat, selber schuld. Äh, den Rest kann man ignorieren. Das ist doch so ein Scheiß, Junge. Scheiße, Alter, ehrlich. Ne, dann liken, teilen, abonnieren, kommentieren, was auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.